Hallo, ich bin Martin von Manimankies, das ist die DAX-Kanalysen für Donnerstag, den 14.03.2024 und unser DAX hat zum Mittwoch hinter uns jetzt zum Mittwoch hier einfach nochmal ein bisschen Reifenluftdruck kontrolliert. Ihr habt gestern gesehen, da saßen einige fette Viehsche im Porsche drin und bevor der jetzt hier heiße Reifen kriegt, wenn er wieder auf die Strecke darf, wird er nochmal kontrolliert. Wir haben im Tageschart jetzt eine kleine Seitwärtschatze bekommen, haben auch Intraday eigentlich den ganzen Tag noch zur Seite gehambelt. Das überrascht sich großartig, ich hatte gestern schon angekündigt, dass ich mir hier oben einen guten Reifen vorstellen könnte, hätte sie sogar ein bisschen weiter oben erwartet und gehe aber auch nicht davon aus, dass das schon die Reifen ist. Ich glaube, hier hat man sich jetzt erstmal ein bisschen zur Ruhe gelegt und zwar auf dieser Linie, die wir gestern extra deswegen eben noch mit eingezogen haben, weil ich gesagt habe, ich könnte mir gut vorstellen, dass der Markt bereits auf der dann einfach von oben Support sucht und stabilisiert, und wenn er das nur so macht und sich danach wieder oben rausdrückt, hat er gesagt, hätte er gute Karten hier noch in die nächsten Ziele reinzurennen. Wir sollten hier vielleicht erwähnen, dass wir gestern betont hatten, dass die 1880 als erstes Ziel ja charmant aufeinander liegen würde mit dieser Linie. Diese Linie steigt jetzt aber weiter an, liegt jetzt schon im Bereich um 18100, dann zum Donnerstagnachmittag, eher 1890 sogar in dem Drehraum, aber wir können es trotzdem kurz machen. Nächster Zielbereich oben wäre dann 1880 bis 1821, wenn es den Max gelingt, sich hier oben rauszuheben. Kleine Mark haben hier noch im Bereich um 1830 rumliegen, auch wenn sie hier gar nicht eingezeichnet ist, hat er da ein bisschen knapp dran vorbeigeschrammt beim letzten Mal das Hoch, das passt noch nicht ganz, deswegen würde ich ihm durchaus zutrauen, noch einen Hoch zu setzen, aber so Stand jetzt ist das erstmal als Plugge zu werten, müsste aber auch auf der Oberseite aufgelöst werden. Also er sollte auch wirklich dann über die 18.000 jetzt wieder drüber stechen. Nichtsdestotrotz, wir haben das heute früh auch im ersten Update schon geschrieben, so psychologisch wichtigen Marken neigen immer dazu ein bisschen in Zeitwerts überzukauen, sind aber gar nicht so berüchtigt dafür, dass eben diese brachialen Umkehr, alle denken, oh der Dax ist jetzt bei 18.000, jetzt fällt er wieder auf 15.000, und das ist selten, das eigentlich fast nie sogar. Oft drückt es den Markt eher durch die wichtigen psychologischen Marken dann einfach durch oder haut Orten oben nochmal richtig kräftig drüber, bevor er dann ein bisschen korrigiert. Und von daher würde ich hier auch sagen, wenn die Flagge nach oben aufgeht, also wenn der Dax über 18.000 geht, hat er nach oben erstmal wieder mit dem Platz. Dass die 1880, 1821 und auch die 18191, die da oben dann noch als Ziele warten, abgearbeitet zu werden. Und das ist so die Quintessenz, so ein bisschen in die Richtung, wie wir die letzten Tage gesagt hatten, wenn er wieder über 800 drüber geht, dann aktiviert sich das nach oben. Das kann man jetzt quasi 1 zu 1 wieder nach oben transformieren. Bloß eben mit der 18.000, wenn die nach oben aufgemacht, hat er hier ein bisschen Platz. Kritischer wird es werden, wenn er nach unten aus der Flagge rausfällt, um aus der Flagge rauszufallen. Die läuft dann leicht schräg, das Tief müssen wir ein bisschen tiefer ansetzen, sollte er schon unter eine, ja, wo soll der drunter? Das ist natürlich schwierig jetzt. Flaggentief würde im Bereich um 9.30 liegen, das ist natürlich hässlich, weil unter 9.30 macht er ein kleines Verkaufssignal, weil er das Tief hier unterbietet und dann haben wir ja den nächsten Support schon wieder im Bereich um 8.80 bis 8.50. Ja, das ist dann auch wieder Supportzone, die nach oben zucken kann, aber Trendfortsetzungsmuster auf der Oberseite, die sollte man sich vielleicht ein bisschen genauer dann hinziehen. Die Flagge kann man in einer Zeit dann halt tiefer gehen, zieht sich hier einfach mal einen Trendkanal. Ich würde schon so sagen, also wenn die nach unten aufgelöst wird, sollte man das ein bisschen Aha machen, denn das ist ein Trendfortsetzungsmuster und wenn ein Trendfortsetzungsmuster am Top nicht mehr in Trendrichtung aufgeht, dann kann das schnell eine kleine Trendumkehr einleitern. Ab dem Moment, wo Trendfortsetzungsmuster nicht mehr in Trendrichtung auflösen, kommt der Trend einfach zum Ermüden. Das ist marktgesetzt, das ist so, das habe ich mir nicht ausgedacht. Ja, das heißt, wäre schon ein bisschen mit Vorsicht zu genießen einfach. Dennoch haben wir Donnerstag. Donnerstag sind bekannt für diese scharfen Oben-Schwünge. Die haben manchmal richtig Gewalt auch drin, schlagen kräftig um sich. Jetzt vom großen Hexensabat, vom großen Verfall im März, am Freitag ist der große Verfall. Und bei großen Verfallsterminen sieht man es immer, dass eigentlich nochmal am Donnerstag vorher das Ganze ein bisschen in Szene gesetzt wird. Also der Markt wirklich ein bisschen hin und her treibt. Von daher bin ich sehr gespannt, wie das dann hier ausgeht. Ja, also, richtig eine Idee habe ich nicht, weil mir würde es wirklich gefallen, wenn ihr die Flagge nach unten auflöst. Das müsste dann schon ein fettes Fehl-Signal werden. Und mit Flaggen macht er das unten eigentlich selten. Fehl-Signale kennen wir im DAX aus Dreiecken. Und es gibt viele Muster, die im DAX häufig zu Fehl-Signalen tendieren. Aber Flaggen macht er in der Regel eigentlich eher ordentlich. Was fast mehr dafür sprechen würde, dass er zum Donnerstag dann halt hier oben rausboxt und dann hier oben reinhaut und vielleicht von hier eine schöne Umkehr nach unten runterzwirbelt. Dass er dann von da oben dann nochmal komplett zurück auf die 18.000 wirft. Das vielleicht dann eher. Da müsste man aber hier oben dann auch in dem Bereich 18.80, 18.21 rote Stundenkerzen noch abwarten. Wie das dann einleitet, kommt da nämlich keiner. Kann auch bis 18.190 noch weiter steigen. Und unten raus fände ich es halt schwierig zu handeln. Wir haben hier die Flaggenkante, 9.30. Eigentlich müsste man sagen, unter 9.40 geht man short. Das ist schwierig mit dem Flaggen-Tief zu handhaben. Weil es kann wirklich sein, er macht dann 9.30, 9.20. Bumm, dreht sich um nach oben und geht long. Also würde ich mir einfach klemmen. Jetzt kann man sagen, die Analyse ist da nicht konkret für Martin. Man kann aber auch einfach sagen, okay, wenn die Analyse nicht konkret ist, geht es ja anderen Händlern auch so. Und dann sind das persönlich für mich einfach Bereiche, wo ich dann sage, das mache ich dann halt einfach nicht. Da gucke ich dann erstmal, wie bewegt das sich. Da muss ich nichts unbedingt machen. Das ist dann die Quintessenz. Wenn ich sage, ich kann es technisch nicht genau greifen. Denn wir haben hier Supports, die nach oben drücken können. Aber eben auch die Möglichkeit, dass dann ein Trendumkehr muss oder ein Trendfortsetzungs muss, Entschuldigung, nach unten auflöst. Was dann wirklich mehr Platz auch frei machen würde bis locker 8.50, wenn nicht gerade sogar tiefer. Ja, und von der Seite her, man könnte unter 9.40 versuchen, auf die 8.50 hinzuschorten. Aber ich würde es ungern machen. Das wäre mir nicht auf so eine Flagge hin. Das wäre für mich kein schöner Trend, würde ich mich nicht wohlfühlen. Und wenn man sich in einem Trend nicht wohlfühlt, kann man gleich, dann braucht man gar nicht erst starten. Dann trifft man eh immer auf jede Entscheidung und macht dann auf der falschen Stelle zu. Und so weiter und so fort. Und von daher, wir nehmen das einfach so zur Kenntnis. Ja, wir haben hier oben 9.40, grundsätzlich ein Tief. Darunter wird er nach unten Platz frei machen, Richtung 8.80, 8.50. Wir nehmen zur Kenntnis, dass bei 9.30 er nach oben eine Flagge anspielen könnte. Wir nehmen auch zur Kenntnis, dass dann 8.80, 8.50 nach oben reagieren kann. Das heißt, um das alles zu zerhauen, müsst ihr deutlich tiefer. Und müsst ihr tiefer bohren. Donnerstage schlagen stark hin und her. Sollte man dann auch im Ohr haben. Und von daher riecht es mir fast eher, wenn er denn wirklich tiefer kommt, dass er sich hier irgendwie auf 50 stößt und dann wieder nach oben probiert. Oder eben von Beginn an, das ist für mich auf dem Bild her das eher Wahrscheinlichere, dass er wirklich über die 18.000 einfach drüber drückt und nach oben schiebt. Ja, weil es ist eine bullige Flagge. Die hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie oben auflöst. Wenn er das anspielt, soll er machen, soll er probieren. Ja, Punkt. Tagesschart, unveränderte Einschätzung, unverändertes Bild. Noch keine Trendumkehr, noch keine bestätigte. Trend ist noch aktiv. Punkt, Ziele sind klar. Über das andere haben wir uns die letzten Tage unterhalten hier oben, wie das mit den Zielen aussieht. Dass wir uns kurzfristig auch ermitteln können, was hier dazwischen liegt. Und von daher mache ich einfach zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.